Hier ist Julia von Photoplanet und heute steht der Marc von Canon neben mir. Was hast du uns mitgebracht? Ich habe die neue 6D Mark II mitgebracht. Das ist das neueste Vollformat-Produkt, was Canon auf den Markt geworfen hat. Und das ist der Versuch eine Kamera zu machen, die eher für den Hobbyfotografen, für den ambitionierten Hobbyfotografen ist und der für den 4.000 Euro für eine Kamera zu viel ist, die aber trotzdem die wesentlichen Leistungselemente von so einer Kamera haben möchten. Das heißt, man hat hier bei der Kamera eben wie bei der 5D Mark IV nahe zu den gleichen Sensor drin. Das heißt, von der Bildqualität muss man kaum oder eigentlich keine Abstriche machen. Man hat ein sehr schnelles Autofokus-System im Vergleich zum Vorgängermodell drin, von der 80D, was eine Kamera ist, die durchaus für Sport und Bewegungsfotografie sehr gut geeignet ist. Und man hat jetzt halt auch die neuen Techniken drin, Schwenk- und Touch-Display zum Beispiel, was ganz interessant ist und auch diesen Videomodus, der ja bei Canon sehr speziell ist, dieser Dual Pixel CMOS AF. Das heißt, man kann eben auch mit den Vorteilen von einer Vollformat-Kamera dann wirklich sehr gute Videos machen und das ist für eine Spiegelreflex-Kamera, was ziemlich einzigartig ist auf dem Markt. Hört sich auf jeden Fall super an und ich werde mir ein Upgrade von meiner 700G auf jeden Fall überlegen. Vielen Dank, dass du da warst. Das wäre auf jeden Fall eine gute Idee. Danke. Danke. Danke.